Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation mit der von Replay, die immer, das klingt immer so, als würde die irgendwas, was weiß ich, mitschleppen, so, ich bin 300 Kilo schwer und hab, äh, zwei Wodkaflaschen gehören, so, aufgegessen, keine Ahnung, aber so, so beginnt das immer schön, jedenfalls Flammen, meine ich hätte eigentlich gern lieber Schrotti gerade, da, hallolübsch. Ah, jetzt, ja, jetzt, ganz ehrlich, ich fang gerade erst an und das kratzt schon hinter meinem Ohr, ey, sehr grauenhaft, grauenhaft, naja, wir waren hier relativ weit inzwischen, ähm, genau, Unladungspack war voll, das war irgendwie voll, außer die gute Replay, die wollte eher ein Alkohol, da kann man nicht trinken, guck, 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 wo geht's weiter, äh, geht's hier weit, weil da hinten war doch ein Fahrstuhl, Da hier jetzt kein Alien mehr rumlaufen sollte, natürlich zu, kann ich hier laufen, wie ich will, und die ganzen Androiden hab ich ja auch schon jemanden aufgeschossen, ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich hab's getan. Na, Android? Erstmal gucken, erstmal gucken. Hier ist zu. Der müsste schon... Sollten... Oh, als hätte ich schon wieder diese Sensoren. Das ist ja grauenhaft. Hallo? Ähm... Schön. Jetzt bin ich hier. Das bringt mir was. Wenn jetzt da wieder Sensoren drin sind, dann... Trotzdem, ne? Ich hab' Ladungspacks mit mir voll, ne? Ja, wer hätte das gedacht? Ladungspacks sind voll. Und ich bin da auch voll. Nein, mal, wo ging's da hinten lang? Hallo? Noch ne Tür. Ach so. Macht Türchen auf. Und Computer an. Und gucken wir mal, ob wir da was finden, ne? Boah, das ist alles uninteressant. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum-Lager aufgeschlagen. Die Menschen... Ne, das wollte ich jetzt nicht. Sie haben Angst, aber Sie glauben noch immer, dass Marshal-Wades die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen Sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander. Für Nahrung. Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Was willst du machen? Alter, sch- Hier sind Sensoren voll. Hier sind Sensoren voll. Hier sind Sensoren auch voll. Hier, guck doch mal, wer hätte das gedacht? Auch Sensoren voll. Ähm. Da, auch ein Sensor. Und auch ein Sensor. Gibt's irgendwas, was... Hier braucht zwar alles und jede Sensoren, aber... Halt einfach... Nichts... Das... Neee... Kindin... Der lebt noch. Wollen wir bitten? Nein? Hallo? Ah! Und wie viele Kugeln habe ich? Ja, komm, passt. Danke. Oh! Okay, du sollst jetzt eigentlich alles nachladen, aber gut. Wenn die feine Dame das nicht möchte. Da müsste es jetzt eigentlich weitergehen. Sonst haben wir jetzt eigentlich alles gemacht hier. Wunderschöpfe. Nein, wo sind wir gerade? Bin ich am Ziel angekommen? War hier nicht Taylor? Ja, und hier war das Marshall-Büro. Ähm. Ah, Aufzeichnung. Schönes 2D-Sport. Nein, eigentlich ist es einfach nur... Nee, nee, das... Das ist eine Überlagerung. Das hier ist ein... Bild und dahinter ist ein anderes Bild, was sich ja nochmal bewegt. Wow, ist das nicht toll. Diese Technik... Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Rann zum Ende. Okay, ja, schön. Aber das ist höchstens interessant. So, die bis draußen. Ach, die Androiden sind wahrscheinlich reingegangen. Und da habe ich ihn so kaputtgeschlagen. Gibt es irgendwas, irgendwelche Knöpfchen zu drücken, wie wir es mit Alle Androiden aus oder Alle Androiden auf Suchmodus, um weitere Gefahren für die Menschen zu suchen und zu vernichten. Oh, was weiß ich, sowas wie noch ein paar Aliens. Also, ich war hier eigentlich ja schon überall schon mal. Hallo, geh auf. Man kann ja mal speichern. Das ist doch bestimmt was, oder? Hi. Und hier? Willst du mich verarschen? Alle Toten und der Ja, mir geht's gut. Und hier hatten wir auch schon, ich glaube ich, gelesen und gehört. Erste Falle bis jetzt nur freigeben. Ja, hatten wir alles. Also, weiß ich jetzt. RIP RIP RIP, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zuher? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Wades of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Nein. Ich bin nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Ich bin nicht hier. Ganz ehrlich, warum hat der Marshal keine Waffe dabei beziehungsweise einfach irgendwas? Das mit ein paar Patronen. Das kann man nicht mal gut gebrauchen. Die Tür ist jetzt offen. Ach, wer hat das gedacht? Wird es mich verarschen? Jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Oh, guck doch mal. Vielleicht... Schrot. Toll. Das ist... Das war jetzt... Jetzt muss ich da rum, oder was? Ach, du Heilige. Ich habe hier schon alles niedergeschossen. Ich habe hier geschossen. Was? Ach, Mann. Nein. Hi. Was machen Sie hier? Ähm. Rohrbombe. Moment, 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 Moment. Das hier mache ich. Der hat ja noch nichts mehr was dabei. Weißt du was? Jetzt kann ich wenigstens was bauen. Und jetzt werde ich auch wieder Sensoren los. Ne, eigentlich wollte ich Sprengstab hier nicht reinpacken. Ach, und den Alkohol. Leuchtig, könnte Alkohol loswerden. Ist das nicht toll? So, und wir auf den Revolver. Tor. Danke. Tor. Danke. Ähm. Ja, hier bin ich richtig. Ich hoffe, jetzt ist nicht noch irgendwer, weil so langsam gehen wir die... Gehen wir bestimmte Ressourcen aus zum Bombenbauen. Ich möchte auch schön alles in die Luft sprengen. Ich glaube aber nicht, dass man das Spiel so spielen soll. Oh, guck mal. Ein Gegner. Boom. Natürlich, und jetzt sagt sich das Spiel, ja, du hast viel zu viele Ressourcen und du kommst da viel zu einfach durch. Ne, jetzt gebe ich dir nichts mehr. Ah, ich bin hier. Finn, sehe ich. Anders. Will. Och. Wir müssen uns über Sicherheitswassen auf der Unterhaltung. Äh. Ui, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Ich werde sie einfangen. Nee, danke. Oh. Blödes Ding. Wiedersehen. Ich möchte jetzt nämlich nicht alles verschießen. Doch, brauche ich. Dö. Kommen Sie bitte raus. Nein. Jetzt geht er wieder. Ja, ganz tolles Spielchen. Das heißt, lass mich in Ruhe. Das ist sicher nur ein Nichtverständnis. Hm. Ganz großes. Das ist es. Tue ich nicht. Ich muss mit Ihnen sprechen. Hi. Ach, jetzt wehrt er sich auf einmal. Ach. Wo sind Sie? Bitte beruhigen Sie sich. Ähm. Danke. Jetzt bin ich an der Reihe. Nein. Aber folgen Sie mir bitte. Das sollte ich nicht. Hat das den anderen angelockt? Nee, anscheinend nicht. Gehst du? Ach, du gehst nicht auf. Ich brauche mehr Cut. Ich möchte... B-b-b-bilder hat's doch. Weil er um ihrem Geschäte zu bereiten. Das sehe ich anders. Nee. Habe ich noch irgendwas... Nein, das ist ein... Hm. Doch, ich renne. Weil du nicht rennen kannst. Frag mich, warum, aber... mp-mine vielleicht wo sei denn ja ich sehe wie du helfen willst medikin wahrscheinlich noch nicht ich kann doch jetzt ich da drüben jetzt eigentlich ein geräuschemacher da geht er darauf was lenkt lang genug ab was ich hier nämlich verpieseln kann ich könnte jetzt natürlich umbringen gerät und so reichen ok ja gut dann hat sich das erledigt wohin muss ich dann ist der aufzug vielleicht sogar schon da das wäre sehr praktisch natürlich nicht wie gesagt ich will jetzt nicht für jeden klein scheiß hier allen möglichen mist verschwenden natürlich wenn man schrank haben möchte gibt es hier ist kein ich hasse sowas hallo hallo wunderbar ding kommt ja sitz heilig doch mal danke danke wunderschön ich glaube jetzt mache ich auch wieder eine folgen pause weil wir sind ja schon wieder drüber also folgen sind ja hier immer zwischen 15 und 20 minuten lang nicht von rächen und da ist hier die eines der weniger interessierte projekte ist dürfte es glaube ich doch nicht so schlimm sein ha und den kann man eigentlich mal nachladen klack oh heute spielen wir sie an schaut ich will musik hören naja ähm ne ja ich registriere Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Six and Sympathics RIP ich weiß nicht ob ich das schaffe Ricardo sie müssen sich konzentrieren sie haben jetzt das Sagen das Sagen das Sagen über ein Raum voller Leichen das ist doch alles absoluter Unsinn Konzentration Ricardo wenn Samuels mit Apollo kommuniziert kann er die Androiden abschalten und dann ist alles vorbei ja wir werden sehen naja dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen gehabt euch wohl bleibt mir treu wir sehen ciao